Komm, komm! Dann singt ihr die Beine ab! Ich brauche sie sowieso nicht mehr. Beeilung! Hartleckig! Verdammt! Wer kommt da? Nichts! Sie werden mal hier! Träume sind Schäume! Träume sind Träume! Ey West, mit dich schon, deine Zeit ist vorbei! Träume sind Schäume, Schäume sind Träume, May West, bitte schon, deine Zeit ist vorbei. Wie leuchten die Sterne so hell? Frag mich warum, frag seit wann? Meine Ohr, sie ist auch stehen geblieben. Frag mich, hä? Deine Ohr ist stehen geblieben? Dann ist das eben so. Zeit spielt hier keine Rolle. Sei begrüßt im Lande Oost, wir sind dir sehr dankbar, dass du Morgana getötet hast. Das muss eine Verwechslung sein, ich habe nie noch ihn getötet. Aber sie liegt doch da, sieh hin, da liegen ihre Füße. Naja, ist ja auch egal, vielleicht hat es jemand anderes getan. Jemand anderes getan? Um Himmels Willen, was passiert hier? Und wer bist du überhaupt? Wer ist Morgana? Ich bin Gwenda, die Nordhexe. Morgana war die Hexe aus dem Osten. Sie war hinterhältig und gemein. Sie hat die Bewohner des Landes Oost ausgedrückt und ausgebeutet. Sie mussten Tag und Nacht für mich schuppen. Alle hatten Angst etwas zu verlieren. Doch jetzt ist sie tot und vielleicht wird ja alles besser. Hallo, hallo Leute! Hier ist wieder Cosmorama mit den Highlights vom Tag, mit der großen Bühne des Lebens im Lande Oost. Und der Welt!